Hallo und herzlich willkommen bei Piet und Smeet, nein, war noch Spaß, bei Schleichwerbung. Ja, letzte Folge ein bisschen, wir müssen halt die Story durchspielen und versuchen halt endlos Monster zu killen und irgendwie voranzukommen, im Level zu steigen und gutes Equip zu kaufen oder zu filmen. Oh, ja. Man könnte die Folgen auch nennen, sinnloses Draufgehaue. Das ist der Sinn dieses Genre. Deshalb heißt es Hecken Slick. Du Klugscheißer. Klugscheißer kann keine dabei sein. Doch, du kannst mich leiden. Das ist eine Ausnahme. Ja, 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 ja. Jetzt sind wir hier wieder am Anfang. So eine Scheiße. Hä, was laberst du? Hä, hä? Ich bin durch mein Portal gegangen, was ich mir gebaut habe. Lol, ich nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht, hab ich vergessen. Ich kann aber noch. Ich kann auch noch. Ich will meine Rüste in Schwarz haben. Wenn wir kämpfen und ich was verzauberen, wo die Typen dann so einen Kreis über ihr im Kopf haben, bitte die nicht angreifen. Warum? Bis die dann absnacken? Weil die auf unserer Seite kämpfen dann. Achso, achso. Und wieso kann ich sie dann eingreifen? Na, weil es ja trotzdem Feinde sind. Aber sie kämpfen ja trotzdem zeitweise für uns. Also lieber erstmal die anderen angreifen, die sie im Kreis nicht haben. Alles klar. Alles klar. Los, auf, auf, ja, ja. Ja, 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 ja. Überall Feinde. Ja, 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 ja. Überall Feinde. Und ab geht's ins Portal oder was auch immer! Müssen wir da überhaupt hin? Es wurde mit so einem vororgenen Flimmer und was auch immer angezeigt. Okay. Vertrauen hier! Level Up! Warum bist du vor mir? Das geht zu dir nicht! Wo müssen wir hin? Hä? Hä? Was müssen wir überhaupt machen? Keine Ahnung. Wie? Keine Ahnung. Was ist das? Ich hab schon was getrunken, Mann. Was? Das wusste ich ja noch gar nicht. Was ist denn das für ein Verhalten hier? Ich glaube, hier sind wir richtig. Okay. Ja. Siehst du? Siehst du? Siehst du? Siehst du? Das labert ja wieder mit uns. Siehst du? Siehst du? Was seh ich? Weiß ich nicht. Lauf durch Laber! Ne, durch Feuer. Egal, egal. Und noch mal. Ah, es hat dich getroffen. Du musst irgendwann sterben. Okay. Okay. Mach den Moonwalk. Ich kann nicht. Mit dem Zauberer geht das. Ja, ich weiß. Der macht hier so einen Cheerleader-Handstandsprung. Anstandsprung. Wiß noch mal. Ich bin ein wunderschöner Cheerleader. Ich bin ein Schwierling. Ich bin ein Schwierling. Die Schwierling. Dr. Schwierling. wir müssen vorher vorlesen und so ist es nicht er war der jahre neuer Prozent bei der Aufforderung schätzt die er er ja was mach ich ich bin ein richtiger Laune Laune die Möglichkeit muss ich in der Dusche hin und her springen damit ich vom Wasser was abfüge genau so ist das bei mir meine Mutter ist so fett ihr Gürtel ist Äquator alles klar wir haben neulich Verstecken gespielt auf Google Maps das kann man ruhig bei Waren da gibt's schon keine Sachen uh ich hab hier noch was zu trinken ich hatte mal zwei Fische ne ich hab zwei Fische der eine heißt einer der andere heißt zwei wenn einer stirbt hab ich immer noch zwei den erzählst du schon 10.000 mal also zumindest ein bisschen wie der ist so richtig flach da muss man eigentlich eine Warnung hin hängen Achtung es kommt flach ich hab ihn erst noch viel flacher und trotzdem witzig der Kerl auch raus aber ich glaube die Kinder ist trotzdem der ist egal der kann nicht schwimmen ein gelber Bagger und warum kann er nicht schwimmen? keine Ahnung Weil er nur einen Arm hat whatever fuck oh man oh man jetzt will dich aber noch ein Flach zuhren jetzt will dich aber noch ein Flach dazu hast du dir selbst eingebrockt hast du dir selbst eingebrockt Okay, gehen zwei Tomaten auf der Straße, sagt die eine zur anderen, Achtung, da kommt ein Elgarwatsch. Warte, ich hab doch nur noch eins. Liegt zwei Tauben in der Luft, sagt die eine zur anderen, Achtung, da kommt ein Hufschrappschrappschrappschrappschrapp. Das habe ich tatsächlich immer als Kind gesagt, ich konnte Hufschrauber nicht aussprechen, also habe ich immer Hufschrappschrapp gesagt. Und das Wort Helikopter kannte ich damals noch nicht, sonst hätte ich das gesagt. Helikopter. Ich muss noch kurz was einstellen. Nee, muss nicht. Muss ich wohl. Was musst du einstellen? Neue Waffen. Oh, ich dachte jetzt kommt hier was geiles, so die Lautstärke. Und wieder mal kämpfe ich allein gegen die barbarischen Mächte des Diablos. Naja. Also ich hätte erst Endgegner eine Pizza reingemacht. Und dann hätte ich die Pizza... Es gibt doch sogar eine Diablo Pizza, oder? Nee, die heißt Diavolo oder so. Wäre irgendwie sowas... Genau, so eine hätte ich als Endgegner reingemacht. Und dann greift ich da so eine Pizza an mit Tomaten. Was müssen wir tun? Wo müssen wir hin? Immer weiter und weiter. Da waren wir schon. 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 Runter müssen wir. Ich habe mir den Tag übrigens wieder Forrest Gump angeguckt. Ich muss sagen, wenn man ihn eine Zeit lang nicht geguckt hat, ist der wirklich wieder cool. Ja, finde ich auch. Habe ich neulich auch tatsächlich nochmal angeschaut. Aber ist jetzt auch wieder ein Monat oder so her. Ich glaube, wir haben ihn letzte Woche oder so haben wir geguckt. Und ich glaube, ich habe ihn jetzt schon seit vier oder fünf Jahren nicht mehr gesehen gehabt. Der Film ist an sich ja schon geil, aber er ist halt auch irgendwie so ein bisschen... Ja, also man kann ihn nicht so ernst. Ach doch, der ist schon cool gemacht. Ja, wie gesagt, das schon. Aber irgendwie würde man heute so einen Film nochmal machen, dann würde der Stress zählen. Hundertprozentig. Nein, auf keinen Fall. Glaub ich schon. Glaub ich schon. Also ich... Ne, ich denke nicht. Aber das ist natürlich ein Film... Also ich muss dazu sagen, Filme, die heute gemacht werden, können niemals die Klasse erreichen wie damals. Damals hat man sich noch richtig Mühe... Also es gibt ein, zwei Ausnahmen. Aber damals hat man sich bei Filmen noch richtig Mühe gegeben und hat richtig mit Orchester gemacht. Und die Quali versucht wirklich hochzuschrauben und alles. Und heutzutage weiß ich nicht. Dann wird auch irgendwelche Fertigmusik genommen von Lady Gaga oder irgendwas eingehauen in die Filme und so. Finde ich nicht gut. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ne, also manche Filme können das natürlich schon erreichen. Aber so grundsätzlich ist das schon recht. Die Einzigen, wo ich der Meinung bin, dass die sich diese Mühe noch geben, so wie es früher auch die großen Filme machen... Jetzt kommt Marvel. Jetzt kommt Marvel. Nein, Disney. Ja, da gebe ich dir recht. Bei Marvel hätte ich dir nicht recht gegeben. Ne, Marvel gibt sich schon Mühe bei den Filmen so an sich, aber die schaffen es nicht, das so wie früher zu machen. Also die Mühe geben sie sich nicht. Disney, merkt man, gibt da schon erheblich mehr Geld aus und gibt da wesentlich mehr Zeit rein. Ja, wobei ich aber auch sagen muss, also ich spreche jetzt von den animierten Disney Filmen und nicht von den richtigen Filmen. Und zwar bei den animierten finde ich, die gehen wahrscheinlich schon mit der Zeit, aber tatsächlich finde ich die neuen animierten Filme von Disney nicht wirklich gut. Der letzte, der gut war, war Frozen, fand ich. Die anderen Filme, die seit da herausgekommen sind, fand ich jetzt nicht so oberklasse. Frozen, worum geht es da um Eis? Ne, das mit der Eis-Eis-Goblin heißt das. Das mit der Eis-Prinzessin, der war für das Thema schon ziemlich geil. Muss ich einfach mal so sagen. Jaaa... Uh, ich hab ganz viele Steine bekommen, kann ich nachher noch schauen? Oh, ich hab mir grad selber gegen das Mikro geschlagen, das hat verweht im Ohr. Hast du eigentlich mal den Angry Birds Film gesehen? Äh, nein. Ich weiß nicht, ob der mit Zusammenarbeit von Disney ist oder nicht, kann ich echt nicht sagen. Auf jeden Fall. Bei dem Film finde ich es auch voll krass. Ich fand ihn schon gut, aber ich muss sagen, da kommen manche Sachen drin vor. Da denke ich mir nur so, was zeigt ihr den Kindern heutzutage? Äh, ich sage nur Starship-Party. Das ist... Das ist... Das ist... Der ist ab 16, das ist kein Kinderfilm mehr, nur weil er animiert ist. Alter, ey, ey, ohne Scheiß. Ich musste quasi neben meiner Freundin sitzen und den Film gucken und soll mich rechtfertigen, warum wir diesen Film gucken. Äh, 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 ich wollte die Geräusche hören. Ich schwöre, ich wusste nicht, was das passiert. Und im selben Moment... Im selben Moment kriegst du so einen Schlag auf den Hinterkopf. Alter, wo bist du drin? Jetzt sind wir weg. Jaaa! Nee, nee, nee. Aber jetzt, wo du sagst, das mit der Musik, das habe ich nie so wirklich wahrgenommen, ist aber echt so. Ich kann mich noch an den Moment erinnern, als ich zum ersten Mal Jurassic Park gesehen habe. Wo dann diese Wiese kommt mit diesen fetten Dinos und dann die Musik im Hintergrund. Das bleibt einfach im Kopf, wenn ich aber mir jetzt, ähm, egal wie geil ich Fast and the Furious finde, ich kann mich an kein Lied erinnern, was da drin vorkam. Also, äh, das ist schon krass, wenn man so darüber nachdenkt. Ja, lass auch gehen, Story und so. Ja. Ich habe ja auch seit Jahren mal geguckt im Flieger. Einfach, weil ich Zeit hatte. Äh, Casablanca, den ich immer gucken wollte und nie dazu gekommen bin, was ja der kultische Film schlechthin war oder ist. Der einzige Film, in dem es kein Happy End geht. Jetzt, wo du das sagst, muss ich sagen, ich kann mich gar nicht mehr an das Ende erinnern. Das spoiler ich jetzt auch nicht, aber ich, das hat man echt eine Zeit lang zu dem Film gesagt, der einzige Film ohne Happy End. Ja, aber besser so als irgendein anderer Scheiß. Aber ich fand den Film trotzdem recht gut. Ja, dass ich ein bisschen spät geguckt habe und er, äh, und er in Schwarz-Weiß ist. Ja, ja, schlecht ist er auf jeden Fall nicht. Aber wenn es um Kultfilme geht, dann muss ich sagen, ist mein allerliebster Film überhaupt zurück in die Zukunft. Ich gucke ja gerne richtig alte, amerikanische Filme. Also schon noch in Farbe so, äh, mit, äh, Cary Grant und so. Also ich liebe diese Filme. Den kenne ich nicht. Die deutschen sind aber auch ganz geil, die go-deutschen alten Filme. Ich liebe Cary Grant-Filme, ohne Scheiß. Ich kenne den Typen nicht. Ich glaube, die einzigen, also den einzigen Schauspieler, der so wirklich richtig kultmäßig war, beziehungsweise ist, ist Clint Eastwood. Den ich kenne hier zu spontan. Muss ich dir mal ein, zwei Filmen empfehlen. Vor allem, der hat wirklich gute Sachen gemacht. Wie gesagt, damals waren die Filme doch richtig geile Filme. Heutzutage, das kannst du nicht mehr vergleichen. Das war einfach eine andere Machart. Ja, das ist alles das Gleiche. Also das Schema von den heutigen Filmen, ob das nur ein Horrorfilm, ob das ein Porno ist oder sonst irgendwas, läuft immer das Gleiche. Es muss eine Liebestory geben. Das heißt, es gibt mindestens einen, der sich küsst im Film. Und extreme Explosion. Also viel zu übertrieben. Ja, das ist nicht unbedingt. Aber, wie gesagt, diese Kussdinger, diese Liebesscheiße, was da drin ist. Dann gibt es immer diese Hauptstory, die immer sich immer weiter hochpusht und du denkst so, boah, ist das geil. Die dann aber so explodiert, dass halt irgendwas passiert, so von wegen, ja, er hat sie jetzt doch verraten. Oder was ist jetzt, trennen sie sich oder was auch immer. Und dann versöhnt sich diese Situation wieder. Und das ist dann das Happy End in dem Film. Und damit ist es fertig. Jaaaa. Ich finde, das wird dadurch teils schwierig für die Filmindustrie, weiter gute Filme zu machen, weil sie halt nach diesem Schema arbeiten. Und andererseits ist es schwierig, solchen Filmen zuzugucken. Also es gibt inzwischen genug Filme, wo ich dann daneben sitze und denke, boah, eigentlich brauchen wir den gar nicht mehr weitergucken. Jaaaa, da gibt es einige. Aber manchmal denke ich mir auch einfach nur, also irgendwie ist es gut, wenn jemand auf neue Ideen kommt und diese dann auch umsetzen. Und klar ist das irgendwie auch in den Kinderschuhen dann, aber manchmal frage ich mich echt, wie man auf so eine krank Idee kommen kann. Zum Beispiel Sharknado oder Angriff der Lederhosen-Zombies oder irgend sowas. Da denke ich mir dann immer, produziert lieber wieder die gleiche Scheiße. Und nicht sowas. Ich hätte hier vielleicht noch was für dich. Jo. Und dann würde ich sagen, genug von Filmen und so weiter gequatscht. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Jo, bis dann. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.